der WM es gibt sie sind die alle gleich ja die sehen nur anders aus ich bin ruhig mit ich glaube ich hole den Kuhn-Lubrik hier an Stürmer-Dingsbombs ich will nur endlich einen Gleiter haben ja so gekauft Reparatur alles reparieren zack hier sind ruhig auch meine anderen Charaktere falls ihr die annehmen wollt falls nicht dann macht es nicht mir ist es wurscht jetzt gemacht das weiß ich nicht du hast in der Sammlung ein Fahrzeug hinzugefügt ja das ist ja schön yay und wie kann ich das jetzt benutzen? wahrscheinlich irgendwo unter Fähigkeiten ja hab ich schon geguckt dann wird ja wohl die Gleiterfähigkeit sein Fahrzeuge und macht Spaß ich kusse ein bisschen durch die Kuh kann ich ein bisschen über die Dünen heizen wenn der hier mal ein bisschen Hinne machen würde wäre ich auch schneller wieder da oh der kann da sogar runterspringen was tust du da? hm? was tust du da? nichts puh ja ganz toll hm? ja aber ich greife gerade irgendwelche Piraten an ich muss das nur eben hier raus geist schmettern so jetzt habe ich noch genau 1800 mein ganzes schönes Geld meine hat gar nicht so viel meine hat 6.800 ich hoffe ich habe noch so viel übrig wo bin ich denn jetzt? ich bin jetzt Karte okay, da bin ich dann wäre es natürlich praktisch wenn ich einfach mal Leute überfahren genau das wollte ich auch gerade sagen Nein ich brauche einen Briefkasten 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 Irgendwer will sein Geld zurück Wer will sein Geld zurück? Und damit kann man sogar springen Ja ist gut das ist ein super tolles Ding Wumm Wumm Hoppla Eine neue Zeit beschäftigen wir Ja Wumm 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 Greifen die Viecher dich an wenn du mit dem Scooter da vorbei heizt Ja Ja Ich glaub wohl Ja tun sie Na? Bis nicht so schnell wie ich war Ja Los 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 So Zack Abmelden Abmelden Ich bin gleich wieder bei dir Oh ja Du lass dir Zeit nur Ich heiße noch ein bisschen rum Ich wollte sonst Scooter haben Sonnen 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 Spruch bei Kasse 1 2 Ja so eins wollte ich auch die gibt es leider nicht Vielleicht gibt sie nachher nochmal Hm Hm Äh 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 Los Lade Lade mein lieber Computer Damit du dann das Was hab ich eigentlich doch schon ausgerichtet Nein, hab ich nicht. Morgen ist wieder Schule. Kein auch nicht. Oh, morgen wieder Geschi. Oh nein, was mich dran erinnert. Nehmen wir uns diesmal ein Kissen mit? Was nehmen wir mit? Eine Kiste? Ein Kissen. Ah, ein Kissen? Dann geben wir Frau Pries auch ein Kissen und dann gibt's das in Ordnung. Ich darf den Namen nicht nennen. Frau Pi. Miss Pi. Aber das muss ich irgendwie auspiepen. Dein Gefährt ist schon da. Ja, schön. Gönn dir den hier. Los, los, mach hin. Oh, jetzt hat das gleich. Yes, das war dir. Bam. Oder? Was? Momentan tut sie ich noch nicht. Jetzt, 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 jetzt wirklich siehst. Guck mal, die kriegen alle gar keinen Schaden, wenn ich hier meinen, meinen Attacker durchziehe. Ja, wieso willst du auf Miliz-Truppen-Level 50 angreifen? Greif ihn da an. Level 30. Level 30. Ah, der sieht irgendwie böse aus. Den kann ich nicht angreifen. Ja. Oh, er hat auch so ein Ding. Was nehme ich mir denn für einen? Weiß ich nicht. Ich glaube noch. Was hast du für einen genommen? Den hier. Der sieht doch cool aus. Kannst du auch einen von diesen hier nehmen. Die anderen beiden sehen scheiße aus. Ich will aber auch so einen Stürmer. Ja, kannst du ja kaufen. Mach ich auch. Jesus Maria. Für 800 kann ich sie da verkaufen. Na nett. Woanders, guck mal. Wie kann ich jetzt darauf fahren? Unter Fähigkeiten oder was? Ja. Und dann unter Fahrzeuge. Und dann... So und so... Fähigkeiten... Fahrzeuge. Perfekt. Ab in Raumhafen. Das ist noch eine Quest. Zwei. Ist mir egal. Wir haben hier so viele noch nicht gemacht, ne? Ist nicht so wichtig. Muss man jetzt denn da oben? Ja. Das Ding ist irgendwie sehr laut. Wo muss ich hin? Hä? Wo muss ich hin? Unten? Hier hinten. Hier hinten. Wo ist überhaupt Hangar 21? Äh, stimmt. Das warte ich mal eben gucken. Da haut... Nochmal. Nochmal eben wieder runterfahren. Auf der anderen Seite. Oh, wie schön schnell wir jetzt sind. Alles Gruppenphase? Ja. Feinde. Feinde. Einfach mal von dem Auto runterspringen. Feinde. Hm. So, weil ich... So, Papa rumpf und ihn... Und ihn mal eben... Beide anschließen. Hm. Sofort. Was will ich denn hier überhaupt machen? Nur ist dafür schlimm, dass wir, äh... Zu Italiener fahren. Warum sollten wir das tun? Ich will nicht zum Italiener. Oh, da lebt er noch. Ich glaube ihn hier. Den Leiter. Oh. Blöd. Der war's nicht. Der war's nicht. Du musst, äh... Schalte die... Schalte und da unten. Besiege den Sklavenmeister und den Entführer. Hier ist das Stasenmeister. Ja, den müssen wir auch... Und der Entführer, die ich den da nehmen. Achso. So. Go. Äh, was ist mir jetzt kaputt? Wo ist er? Verhältnisse. Ich wollte schon sagen. Hä, wo ist er? Soll ich meinen Druinen in Ruhe lassen? Eigentlich find ich's besser, wenn du mich in Ruhe lassen würdest. Boah, Junge. Hast du eigentlich einen Schuss? So, Luide, heil dich mal eben. Freie die... Eingeschwärmst, klar. Luide, kannst du mich jetzt mal heilen? Nicht dich! Heil mich! Du Vollidiot, du sollst mich heilen. Oh, Idiot. Hallo. Ihr kommt raus. Lauft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lagen. Jetzt lauft! Idiot. Toll. Das war ja jetzt echt, äh... Mega. Tschö. Ich muss gleich mal eben kurz, äh, meinem Paar helfen. Schon wieder? Ja. Ja, schon wieder. Ist echt schlimm hier. Äh, ich begebe mich aufs Schiff und dann können wir ja... Wenn ich die andere Folge noch wieder hinkriege, dann haben wir ja noch ein paar. Ja. So. Ich parke jetzt hier. Ich parke. Und bin gleich wieder da, ne? Ja, ja. Tschö. Tschö. Vielen Dank.